Ein Schrittmotor erzeugt definierte Winkeldrehungen. Dazu besteht der Stator, also der feststehende Motorteil, aus mehreren elektrisch und damit auch magnetisch voneinander getrennten Statorteilen. In unserem Beispiel sind es drei. Der Rotor, also der sich drehende Teil des Motors mit der Motorwelle, besteht aus Dauermagneten, die über die gesamte Länge des Motors wirken. Wird ein Teil des Stators durch Anlegen einer Spannung magnetisch, so dreht sich der Rotor entsprechend der magnetischen Wirkung so lange, bis sich ungleichnamige magnetische Pole von Stator und Rotor gegenüberstehen. Diese Stellung des Rotors wird also erreicht, wenn der erste Teil des Stators unter Spannung gesetzt und somit magnetisch wird. Wie zuvor beschrieben, besteht der Stator aus insgesamt drei Teilen. Diese sind völlig gleich aufgebaut. Das schließt auch die bei allen drei Teilen identische Polbreite b der Magnetfelder mit ein. Nun sind aber die drei Statorteile in Achsrichtung gesehen gegeneinander verdreht. Der Statorteil 2 ist gegenüber dem Statorteil 1 um genau zwei Drittel der Polbreite b verdreht montiert. Und auch der Statorteil 3 ist gegenüber 2 wieder um den gleichen Betrag, also zwei Drittel der Polbreite b verdreht. Damit hat Statorteil 3 ebenfalls eine Entfernung von zwei Drittel der Polbreite b zum folgenden Pol des Statorteils 1. Wird nun, um den Motor in Bewegung zu versetzen, der Statorteil 2 unter Spannung gesetzt und damit magnetisch, dreht sich der Rotor genau um zwei Drittel der Polbreite b im Uhrzeigersinn. Beim nachfolgenden Anlegen der Spannung an Statorteil 3 wird dieser Prozess fortgeführt. Der Rotor dreht sich wieder um den gleichen Betrag. Damit ist ein kontinuierliches Drehen des Schrittmotors gewährleistet.